Kaufst du einen für den Gültner oder wie man dem sagt? Ja, wir kaufen zwei Stück und dann fügen wir. So, wir sind live. Aber bitte nicht den grössten Flug. Den kleinsten, den zweitkleinsten. Ich schau da mal nebenbei streamen. Ähm, kommt ihr den Bild beim Stream? Warte. Ja. Okay, dann muss ich noch mal kurz warten. Ich muss da einfach mal kurz warten. Und dann fangen wir schon mal an. Ich fahre gleich eben zu Feld 8 Grubbern. Und dann kannst du ja schon mal anfangen. Oder nee, komm, wir machen einfach nur go. Dann mach ich den 8 Grubbern auf. Ja. Ich komm da mit der Kreiselecke und Ege das und dann kannst du nachher sehen. Hä, wo hast du deine Kreiselecke? Am Händler. Hast du die hinterm Güldner? Ja. Okay, dann komm ich auch mit dem Güldner. Dann kauf ich mir auch noch einen Güldner. Der ist dann meiner. Ich nehme die grössere Kreiselecke. Nee, lass die kleine. Ich komm ja auch noch mal ein. Dann nehme ich die kleine und du kommst mit dem Grubber. Nee, ich komm auch mit der Kreiselecke. Nee, ich komm auch mit der Kreiselecke. Nee, ich komm auch mit der Kreiselecke. Oh. Hast du zwei Kreiselecken gekauft? Nee, ich hab ja noch einen Güldner gekauft. Ja, dann müsstest du noch mal eine kleine kaufen. Nee, mach ich sofort. Warte. Ja. Ich schlfe dich nicht erst mal. Wir haben keinen Zuschauer. Wir haben keinen Zuschauer. Nein. Die werden wohl noch kommen. Nein, ich kaufe keine... Ah, Mann. Ja, warte kurz auf mich. Ich gehe mit einem Läschek. Jo. Timo? Ja? Vielleicht bin ich gleich weg. Wieso? Weil mein Vater WLAN vielleicht alles macht. Lass Kolonnen fahren. Mo, Zug. Ich lass das Auto fahren. Du seid keine Provision. Danke, Mann. Jun, warte kurz an. Deine, bitte so. Mein Vater? Seuf Knochen. Oh, will ich? Oh, will ich wieder? Ich lege. Ich lege mich noch an. Ja. Ich lege mich noch an. Ich lege mich noch an. 1. 1. 2. 3. 4. 4. 5. 6. 11. 12. 15. Ich gehe dann auf die andere Seite anfangen. Ja. Packt er die gut? Ja, eigentlich schon. Wir haben für die Nacht ein Farmhaus, oder? Ja, hab ich. Wollen wir dann gleich mal Penn gehen? Ja, lass mal ein bisschen so in der Abenddämmung fahren. Dormabock. Ja, aber ich habe hier voll die Schattenseite gekriegt und da sehe ich gar nicht, wo ich gehe. Ja. Ja, äh, hinten, hinten hat er ja kein, fast keins. Daher voll unrealistisch so schnell zu ecken. Ja. Ja. Dann willst du meine Seite haben, sonst nicht das Problem. Ja, gut. Ja, gut. Es fährst du so langsam. Wegen Realismus und so. Aha. 15 kmh können wir wohl fahren. Gerade schauen, dass mich kein Auto mitnimmt. Gut. Kannst du auch ein bisschen vorgewendeln lassen zum Wenden. Ja. Und dann, alles aus. Ja, gut. Da geht es hin. Und dann, alles aus. Ja, gut. Ich feiere die Maistextur von dieser Map. Ich feiere die Maistextur von dieser Map. Das war's für heute. Willst du auch weiterfahren? Ja, ich schaue gerade im Chat. Der Janik hat geschrieben, wir müssen unsere OBS-Einstellungen austauschen. Irgendwann im Moment geht das nicht, weil ich Magendamm habe. Ja, Janik, das geht, glaube ich. Schreib mir einfach mal, wenn du Zeit hast, und dann können wir das machen. Ich gucke dir gerade zu, auf deinem Träger. Hey, wie geht das? Über die Lok. Und dann drückst du einfach F7. Jetzt kann ich dir jetzt zum Beispiel so gucken, wie du es jetzt gleich siehst. Ah, ja, im Stream 6. Du bist immer noch bei mir, oder? Jo, ich bin gerade an deiner Schaufel, Alter. Ja, ich bin gerade an der Schaufel. 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 Wir schauen mit demnachang ich flames von diesem Hangge分 aus. Ich habe impression von euchыпTON Cola. Wie schnell wir einfach dieses Fell runter haben werden. Ja. Ja, also fühlte ich mir nichts. Was? So, weiter geht's. Wenn man schon mal vorgewinnen will. Ich zieh da noch die Bahn. Unten hat's bei mir auch eins. Und der und der sich die Bahn wird. Ich schlafen die Bahn und die Bahn wird. Und das ist sehr schön. Ich warte die Bahn. Dann wieder machen wir die Bahn. Wenn das Geoff anschaut. Die Bahn. Das war's für heute. Untertitelung des ZDF, 2020 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 Vielen Dank. So. ich habe mich packen die beiden Seiten ja locker gut ähm die brauchst du durch einmal kaufen kann zwei Tanks eh was sehen wir hier sind Weizen ich muss umgucken wie viel da rein tausende heisst ich muss zwei Saatku Backpacks kaufen Dünger können die keinen laden ne Dünger machen wir extra auch genau 1000 Liter gehen rein ja genau 1000 Liter gehen rein genau 1000 Liter gehen rein noch 1000 Liter gehen rein ja lykst ja und 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 da willst du gleich sehen? Ja. Ein bisschen größeres Feld. Oh, das ist ein bisschen großartig. Okay. Okay. Ähm, Rakirak, Moin Moin und Leon Stelje, Moin. Ah, ich hab das gemerkt. Ello. Gas. Ja. Das war's für heute. Vielen Dank. 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 Bye. 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 Vielen Dank. Nein, Maxi, wir spielen jetzt hier und sehen. Wir kommen jetzt nicht auf den anderen Test. Wir kommen jetzt auf den anderen Test. Doch Maxi, wir bleiben hier. Okay. 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 Das war's für heute. 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 Und Fall 8 ist gleich fertig. Okay. Kannst... Und... Ein blödes Auto. Und... 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 Und...